man muss da aber fahren das ist mir klar gott das kann man leute und autos das klingt lustig ich glaube es ist das ging jetzt gibt es ich kann nicht fahren und zu fahren ja ich fahre ja bei mir fährst du nicht stehen ich war ja gar nicht weil ich den pfeil fahr cool das funktioniert ja sehr gut okay cool was soll das denn ah ja das hat ja okay ich kann dir fahren ich kann dir nicht fahren nee 3 2 1 also ich habe jetzt schon weh weil ich fahre jetzt okay jetzt geht es nicht schnell okay feuer taufe nett wir sind von der kirche feuer taufe von jesus aber du schon müssen wir trotzdem noch er stür ich eigentlich für werfe nö gut Guten Tag, guten Wegs. Tschönen guten Mahlzeit die Herren. Oh Gott. Nett. Guten Tag. Guten Weg. Ups, war ich das einfach? Oh, das tut mir überhaupt nicht leid. Piss dich. Mach dich weg, du Klossbehexe. Guten Tag. Geht nicht so. Weil hier hätte ich mal auch ne Funktion gewinnt und dann vielleicht, äh, so wenn du so vor den Schall ist und man vorher absprechen kann, wer fährt und wer nicht. Ja, es ist halt anscheinend immer derjenige, der da reingelaufen ist und was hostet. Ja, äh, ist ja auch okay, aber... Jaja, ich versteh das auch nicht ganz. Okay. Aber wir bringen ein bisschen Abwechslung rein. Nice. Läuft. Sehr gut, dann würden wir wirklich einen Speedrun machen. Geben Sie mir das. Und du liebst diese Maschinen. Geben Sie mir das. Du kannst dich nicht töten, das einfach so leicht. Ja, ich hab grad... ich hab grad hier eine Geisel genommen. Achso. Das ist gut. Das ist voll lustig. Das geht, dass es geht. Aber... Nein, warum jagt ihr denn mich? Er hat die Geisel genommen. Jagt ihn. Nicht du. Okay, sind aber abgeschlossen. Ja, dann verpiss dich, du fette Sau. Ey, der will auch nicht absteigen. Hat der Stockholmsyndrom oder was? Ey, da ist auch ne Sexpuppe. Hat der Stockholmsyndrom? Das ist auch ne Sexpuppe. Das ist ein guter Satz. Oh, fuck yes. Oh, ich hab persönlich ne Bandaktivität. Äh, Moment. Hast du Hilfe? Äh, das weiß ich noch nicht. Ich... Denke mal nicht, aber... Wir gucken mal. Erstmal war das draufballern. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Die können ja gar nix, die Lutscher. Die Lutscher-Duris. Ja, easy. Ja, jetzt geht's ja clever, mir direkt vor die Nase zu laufen, wo ich gerade zwölf seine Kollegen erschossen hab. Aber hey, ist ja nicht... Ist ja nicht mein Problem. Piss dich. Deine Mutter. Wo ist mein Motorrad? Der sitzt immer noch hinten auf dem Motorrad drauf. Was ist denn mit ihm? Da sind die alle komplett besoffen? Oh, oh. Ich werd hier belästigt. Ich glaub, ich muss gleich mal ein Geschäft kaufen. Und mich da verstecken. Ah, der Waffenladen da. Den, den kauf ich. Da müsstest du auch immer kurz in den Geschäft reingehen am besten. Was, was, was dir gehört. Ja. Oder dir eins kaufen. Ah, ich komm. Oh, Quant. Oh. Ähm. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr die Bekanntheit Sekt. 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 Sekt oder Seltas. Attacke jetzt auch. Okay, dann machen wir uns da. Okay, irgendwann mal ganz, ganz kurz. Ja! Schieß mir Granaten hinter mir her. Ist okay. Ist okay, ihr Lutschatz. Ist so cool. Absolut verständlich. Ja. Ah, so. Jetzt bin ich sie los. Mein Gott. Da ist ne Geldpalette. Frage ist nur, ob ich da rankomme. Äh. Ist die da oben auf dem kleinen Dach, oder was? Äh. Ah, die scheint da auf dem Dach zu sein. Ja, da kommt man nicht hoch. Okay, gut. Dann hole ich mir das dann anders. Ah, du hast nen Versicherungsbetrug. Perfekt. Da hab ich jetzt Bock drauf. Ja, warte kurz. Warte kurz kurz kurz. Ja, ja. Alles gut. Kein Stress. Können wir noch das Haus hier kaufen. Ja, gut. Die Uhr hat gar nichts gebracht. Oh, egal. Ich hab nen Kalkhaus gekauft. Perfekt. So, Leute, ihr wisst ja nicht, wer hat jetzt verheiratet. Was? Was? Ja. Wann reden sie? Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Kann ich starten? Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich habe den Bullen am Arsch. Es wäre ja gut, wenn die Sekunde wirklich nur eine Sekunde wäre. Ja, gut. So, okay. Dann mach jetzt. Mach jetzt. Mach jetzt. Äh, muss immer ne Runde rumfahren hier. Glauben wir mal, ja. So. Ich ziehe das in die Bulls, wenn ihr nicht am Arsch. Was tust du die ganze Zeit? Geh ich gar nichts an. Guck mal, ich hab mich verbessert. So. Ich hab meine Kleidung verbessert. Oh. Ich hab mir die... Ja, schlimm für dich. So, äh, ich... Äh... Ich fahr zu der Brücke da unten hin. Die Brücken waren immer gut. Die waren immer gut zu dir, darfst du? Oh, das ist aber auch ein Geiles. Da müssen wir mal gucken, wie das heißt. Ah, die waren immer gut zu mir, tatsächlich sogar. Ach so, scheiße, das ist... Ach, okay. Ja... Na egal, wir versuchen uns mal hier. Das ist irgendwie... Hm. Okay, hier kommt einfach gar nichts. Perfekt. Ich hab mir die beste Gegend ausgesucht, die man sich nur vorstellen kann. Das war nicht so klug, glaube ich. Ja, ich... Ja, ich habe auch keine Autos. Hä? Ja, wir haben auch keine Autos. Da war nichts, Alter. Ich war woanders denn. Wir sind hier schon in der Innenstadt, ne? Ja, eigentlich. Theoretisch. Ich brauch ja nur. Man muss ja mal fragen. Ich versuch's mal hier. Das sieht ein bisschen beliebter aus. Ja, das sieht aus, als wenn das so ein Dorf wäre. Oder... Da kommt was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Aua hat das entwickelt haben. Ja, du gut aber... Na so ist gut. Und... Gebt's mir ihr... Ihr... Ihr Fickfressen. Ich weiß genau, dass ihr es wollt. Komm. Befahr mich, du geile Bitch. Oh, jawoll. Oh, jawoll. Mit der Fresse voran und so eine Wand rein, ey. Das ist ein Motorrad. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab mich vor so eine Motorrolle geschmissen. Und der... 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 Der Fahrer ist einfach runter gefallen. Ey. Ja, komm. Komm. Gib's mir. Oh, ja. Quer drüber gemäht hier, ey. Ah, also bis jetzt... Oh, lol. Schaffen wir das nicht, wenn das so weitergeht? Ah, jetzt... Oh, Aua. Jetzt geht's ja halbwegs. Ja, wo jetzt geht's? Ja. Obwohl es ja auch hier sehr oft... Oh. Ah, the hell was I thinking. Holy shit. Ah, 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 ah. Jo, okay. 101. Die Kurzung ist ja nicht ganz geil dafür. Au, 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 au. Ja, genau. Boah, Aua. Aber die sind was zu besser... besser als ich. Was? Ha, du hast mich da nicht gesehen? Ja, aber... gerade kommt bei mir auch nicht so wahnsinnig viel. Oh, komm schon. Das ist nicht mehr viel. Das ist... Ich hab keinen Bock, deswegen noch mal zu machen. Komm mal, komm, 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 komm. Ach, Endzapf. Komm, ich brauche noch mal einen Bonus hier. Digga. Ja. Aha. Ja, ich hab... Nein, die... Fuck, immer noch nicht. Hast du's? Hm, no. Nee, fuck. Die Zeit ist aber nicht abgelaufen, weil wir hätten 10 Sekunden aber gut egal. Ja, eben. Eigentlich hätte ich noch einen Moment gehabt. Ah, okay. Hey, jetzt sieht sie auch besser aus. Was? Ich glaube, ich glaube, ich bin hier vorne. Was soll's. Stimmchen weiter noch und dann... 1.000 anzufangen. War schon mal nicht so schlecht. Ach, Endzapf. Ja, toll, jetzt spawnt ja auch was, ja. Danke, jetzt ist ja auch fairer. Von gar nix. Toll, ich find's aber auch geil, dass die alle Autos halt nicht über mich fahren, sondern an mir vorbei. Oh, ja. Ja. Oh, ja, der war gut. Mhm. Oh. Jetzt gibt doch mal Gas, ihr Affen, Alter, was ist denn das? Oh. Voll mit der Fresse in so'n Verkehrsstil reingesegelt, ey. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Hä, die bleiben ja einfach alle die ganze Zeit stehen, das kann ja nichts werden. Oh, Endzapf. Oh. Oh, ja. Oh. Oh. jetzt kommt wieder nix mein gott biegt ab ernsthaft ok 4000 da war es das höchste bis es geschafft hat ein bisschen traurig ich weiß ja da waren 8000 ist auch nicht so doll auch jetzt halt doch nicht immer zu an das lkw ja wohl noch mal drüber woher kommen kommen die adrenalin können doch mal ja kommen alge 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 zurückgefahren oder wie schon mal gefahren ja kommen gibt es ja 9000 kommen ja oh ja das ist schön perfekt gott ja 2000 die ecke ist echt scheiße dafür ja ich finde auch ein bisschen irgendwie den sinn kann man den scheiß mehr kaufen ja kann man den sinn dahinter wenn man darf man nicht dafür eine scheiß ecke es ist irgendwie ja bisschen ja ist richtig image ist sein wo ein freund hier ist feuer ja vor allem das feuer kann ich mir auch kaufen ja fahr ich schon mal zum nächsten wird habe ich nur irgendwie geld habe ich 15.000 wir wollten da ja ich habe ja auch noch was an die das haben wir schon gemacht ah ja danke dann können wir noch ein haus kaufen kostet das spaß 10.000 ja ok entnehme ich aha 2 0 für die die es gerade nicht nachvollziehen können ich ne ich guck gerade das länderspiel zwischen deutschland und frankreich dann jetzt wisst ihr auch wenn wir das ja aufgenommen haben ja jungen fick dich ins knie ach come on weißt du du wolle das kaufen ah scheiß auf die ich will ja ich will das immer kaufen und die dann so schießen nur auf mich achso wieder verstanden i hate it gut egal jetzt kriegen wir jetzt ich hasse es da 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 ich glaube nicht ok ich will irgendwo anders das gibt als anzeigen hausmeister da gibt der fette dg an 900.000 ach du scheiße ja ich muss irgendwo ganz dringend woanders hin das wird hier nie klappen das ist ein das ist eine bad idea das ist der bad idea und trotzdem mache ich nur so 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 das ist eine bad idea eine bad idea a hälte da unten hinfahren da kommt sowieso nichts machen wir uns nichts vor Ich glaube, hier können die auf die Autobahn kommen. Dann dürfte es eigentlich ganz gut klappen. Müssen wir erstmal hinkommen. Oder vielleicht hier auch. Ja, das sieht gut aus. Ja, das müsste doch klappen hier. So, mal gucken. Auf die Autobahn. Oh, jawoll. Entschuldigung, nehmen Sie mich mit. Oh nein. Nehmen Sie mich mit, wortwörtlich. Sie sehen schon mitgenommen aus. So. Mensch. Kannst du noch ein bisschen mehr sein? Aua. Klar. Ich hätte so eine coole. Aber ich darf auf einmal stehen. Ja, was soll denn das? Scheiß kann ich. Boah, du Scheiße. Das waren 17.000er. Ohne Bonus. Da wäre burchtend mal so einen richtigen Kracher. Ja, 5.000 ist jetzt ein richtiger Kracher. Das ist ein... Ein kurzer. Oh, das ist echt nicht so dolle. Da ist überhaupt ein dicker LKW. Der hat doch richtig Bock. Das sehe ich doch. Oh, 26.000. Ja, Mann. Und welch noch einer? Komm. Ah, okay. Okay, ja. Na ja. Mein Gott, überfahr mich doch einfach. Fahr doch einfach los. Sitze, die nur ein Zähnungsruder geben. Mein Gott, überfahr mich doch einfach. Ja, wahre Worte. Zum echten Straßenverkehr. Herrgott, nur mal mal, fahr mich doch einfach. Wie auch keiner mehr fährt, jetzt. Als ob das so ein Zähnungsruder war. Das ist doch lächerlich. Okay. 3.000, aber das ist auch nicht so toll. Naja, es fährt hier einfach zu wenig. Ich glaube, ich muss wieder an den alten Spot zurück, zu dieser Brücke da. Aber diesmal werden wir es definitiv nicht schaffen. Ich muss gleich an meinen alten Spot zurück. Da sind die die ganze Zeit über mich drüber gekachelt. Ich weiß ja noch nicht, ob das so weit weg ist, aber da muss ich jetzt einfach mal drauf scheißen. Ja, die halten ja alle an. Was ist denn das? Ja, also... Keiner fährt hier. Verstehe ich halt irgendwie auch nicht. Da kann man das ja nicht schaffen. Okay, dann haltet halt alle am Zebrastreifen, wo keiner da kommt. Ist in Ordnung. Ist bestimmt eine super Idee. Ja, geil, Alter. Ja, perfekt. Das hat sich richtig gelohnt. Hey, hey, hey. Oh, that's gonna cost you. Okay, jetzt haben wir mal wieder Adrenalin. Ah, 9.000, das war ja... Das war ja atemberäumt. Ja, Alter, willst du jetzt ein Highway? Ich bin auf der Autobahn und jetzt kein Auto. Perfekt. Mensch, 4.000, das ist ja beeindruckend. Wird das nie was? Au. Komm. Da kommt der LKW. Nee, der biegt ab. Oh, Mann. Also, ich fand da... Also, ich muss sagen, das fand ich an Sandto 2 besser. Der Versicherungsbeton. Ja. Ja, an Sandto 4 war es auch viel besser als hier. Das stimmt. Da kommt ein bisschen so dermaßen, dem ich euch hiergegen geflogen habe. Das war komplett bescheuert. Das hat so viel Spaß gemacht. Warum weichst du denn aus? Ey, das ist so dumm. 1.000 Dollar? Da bin ich komplett überfahren und ich kriege 1.000 mickrige Dollar dafür? Ich bearbeite definitiv in der falschen Branche. Au. Jawoll. Nochmal drüber da. Ja, das ist doch schon besser. Was solltet ihr anhalten hier, Affen? Seid ihr blöd, oder was? Wird ja gesagt, ihr sollt anhalten. Ihr sollt einfach fahren. Oh, und dann... Oh, Mann. Wir sind jetzt in der Insel mit, aber kurz gestimmt, dann müsst ihr euch mal ababend mich über einen Haufen zu fahren, oder was? Ihr dürft mich überfahren, ich bin Manchester City-Fan. Ach, Mann. Das hat sich ja gelohnt. Nicht mal die Hälfte. Nicht mal... Gerade so ein Drittel haben wir geschafft. Ich muss unbedingt zu diesem Spot zurückkommen. Oh, fuck. Oh, Gott. Wie komme ich denn da am besten hin? Alter. Boah, die fahrt nicht mal 320.000, Alter. Ich passe zu diesem Spot zurück, wo ich damals zu übelst über den Haufen gefahren worden bin. Wo dauernd Autos kamen. Das muss ich irgendwie... Da muss ich mir wieder hinkommen. So heiß, ich brauche ein Fahrzeug. Ja, das geht natürlich auch. Äh, wahrscheinlich nicht. Ich such dir am besten irgendwie einen anderen Spot. Ich muss mal kurz gucken. Vielleicht hier. Ich glaube, das könnte da gewesen sein. Ah, das bringt mir leider nix. Mal gucken. Ja, das ist die Brücke. Perfekt. Hier dürfte es ziemlich gut laufen. Hier kommt ständig irgendwas. Und vor allem halten die auch nicht so dämlich. Jawoll, LKW, komm. Ach, da bist du. Ja, perfekt. So gut los hier. Ja, genau. Ich meine, sonst komm ruhig mal hierher. Also, wenn du willst. Aua. Ähm, okay. Ich will ja keine Autos sch... AAH! Das war fahr' mich doch nicht. Also, ja, also... Na gut. Ah, gut. Das war ja auch hier. Mal fahren. Mit den Einer-Tru übernaufenen Karel, der es ist... Mega witzig. Also, hier sind gerade zwei Autos hier kommen. Au. Ich nehme gut an dich. Ich werde da sein, wenn du schlafen. Ich werde da sein, wenn du schlafen. Oh, ja. Ah, 22.000. Das ist schon mal ganz nett. Der Böhm, aber das ist viel zu langsam. Ja, also, das ist halt so ein bisschen das Ohrenproblem. Ja, hier spawnen ohne Ende gerade. Das ist nicht das Thema, aber... Das ist nicht das, was ich... Das ist nicht das. Das ist nicht das. Das ist es nicht das, was ich... Das ist nicht das. Das ist ja nicht das. Das ist nicht das. Ich werde da sein, wenn du schlafen hast. Aua 111 Dollar, so viel gleich, nicht so viel, warte mal. Oha, 31.000. Nice. Okay, jetzt hab ich mal am Anfang, wo der Gute geschafft. Ja, ich sag' ich, das ist gut. Oh Leute! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Herr Polizist, ich ergebe mich, ich war so böse. Und ich hab' mich. ich fahr so böse ach man jetzt kommt er gerade wieder nix da kommt der Lkw oh der ist meiner ja er prüzi soll aber nicht die Straße blockieren hier ne Anzeigen auch mal oh Gott ein bisschen die Befürchte ist hier gar nicht die Straße blockieren dann wenn Lkw fahrne Grundschule gelernt oder ratet es kommen nicht weiterfahren wenn lieber wenn die mehr fahren das Lkw ist von der Fahrschule wenn wir bei Pferdfahrerfahrerflucht beginnen ja so mache ich es auch immer vor allem vor der Schule und vom Kindergarten so schön für die Milz ach die Milz brauche ich hier nicht mehr ich brauche die schon Leber und Pilz pass immer noch eine Milz an die andersrum oh 23.000 hat der mir gegeben ah entzieter Adrenalin perfekt oh da kommt die Lkw komm du willst es doch du willst es doch er hat die Verpissung ein ich seh schon oh ja 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 komm komm Baby gibts mir gibts mir harte Sau ha 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 gibts mir harte Sau ja ich hab meinen Nachbarn gedacht ich bin komisch ja und jetzt bin ich Spoiler alert oh Gott oh Gott 2000 wärmer hin tun sie das nicht Junge kannst du Bus nicht fahren oder was ich krieg ja sogar und ich hab sie nie gemacht Oh Gott Aschloch ha ha so oh alter Autopumpen sind für Anfänger ne ach du scheiße alter Junge Junge Starr den Burren den Hardenbart Aua Au das sind Schmerzen das sind Schmerzen deutlich sogar uuuh Ah hat das und kann Wunder ach Ob das reicht nein ich glaube nicht nächstes Mal fahren wir gemeinsam gleich hierher und dann ah ja voll das hört sich so komisch an ja Oh, das wird dir kostenlos Ah, 20k nochmal, okay Also wir werden mal ungefähr doppelt so viel kriegen wie letztes Mal Und es war wieder kein optimaler Start, weil wir hätten gleich beide da hinfahren müssen Müssen wir kurz gucken, wo das auf der Karte ist, dann weiß ich nicht, ob es direkt... Ja, okay Okay, wir starten uns beim nächsten Versuch gleich das erstbeste Auto Und karen dann direkt da hin Ich weiß nicht, wo das ist Au Au Ich bin da eigentlich gut, wenn du fährst, wenn du fährst Ja, das ist gut Wir hatten fast so viel wie eben, also das war schon um einiges besser So, wir brauchen nur ein Fahrzeug Ja, neben dem hier ist es völlig egal, welcher das ist Allein deine Zeit ist abgelaufen, das ist ein bisschen gemein, also ein bisschen eine Morddrohung Ja, finde ich auch Sehr bedrohlich, das Ganze Ist doch hier Affen Wir haben es eilig So Also Motorradfahren musst du immer mitnehmen, ne? Ja, ehrlich gesagt schon Ah ne, fuck, ich bin... Ah, Mist Mist, Mist, Mist Ja, da ist es Die Brücke der Glückseligkeit Hm, happens to me all the time Ja, Rainer Jawoll Ich hab den Wagen noch ein bisschen weiter in die Glöcke da geparkt, weil der Taxi-Fahrer eben Probleme hatte Ja, passt Oh, was hat der eine Fertifft gemacht? Tokyo-Difft? Ja, wahrscheinlich Stimmt, den wollte ich auch nochmal angucken Oh, bei Prime Ah, du hast dann Was einem so einfällt, wenn man spielt Ja, stimmt Dr. House soll ich mal gucken, das würde mal vor allem sagen Oh, 22.000, der war saftig Oh, der war saftig Ja, ganz ehrlich, eigentlich brauchst du dir Das wäre auch nicht lange, wenn du da einmal gute, gute Dinger hintereinander kriegst, dann Ja, eben Oh, immer wenn dann doch der Link kommt, kommen sie nicht richtig, das ist Oh, ja Ja, gut Ja, und wenn sie natürlich Auto fahren können auf einmal, wenn sie das verlernt haben Das ist eine bad Idee Wenn du auf einer schießt, ich war ja ein Polizist Wenn ich aber auf dich schießt Oh, ich schieß mit einem blödes Taxi im Weg Ich muss das mal kurz zum Weg fahren Tja, warum war das? Das kommt so besser durch Auf der anderen Seite kommt irgendwie gerade gar nichts Das gefällt mir nicht 100.000 Ah, das läuft gerade nicht so gut Für die Kaffeekatte? Ich sollte ein Bild von mir bekommen Was ist denn das? Ja, Alter Oh, der Straßenkehrerast, der kommt halt aus Au Oh, der ist ein Lootchiller Aua Ich finde, die 900.000 ist aber auch schon echt eine Hammerzahl, ne? Ja, das ist sau viel Oh, das haben wir gerade einen guten gemacht Nö, 1.500 Achso Das sieht irgendwie mehr aus Ja, das ist irgendwie Ja, 10.000 Boah, 15.000 Ja, das war nicht schlecht Ich würde gerne so ein 200.000 Boah, würde ich mich sehen Ah, nicht schlecht, nicht schlecht Jawohl, nochmal Ja, Mist Oh, diese dämlichen Autofahrer da Oh, da ist ein LKW Eieiei Noch einer, komm Hm Also toll, der LKW hab ich im Fall voll erwischt, aber hab mich festgepackt dabei Ach du Scheiße Ich hab kein Geld gekriegt Oder kaum Wir tauchen das aber auch nicht so viel Let's make this one count Wunderlich sind es immer wieder, aber was jetzt? Oh, der LKW, der wird mich jetzt richtig ficken Nein, der hält einfach Oh Gott Der wendet der LKW mitten auf der Straße Was soll das denn? Ah, das ist kein guter Run Spawned war zu wenig Das war ja nix Also wenn wir Glück haben, kriegen wir die 450 Auffahrer Ja, das ist schlechter als eben Ja, das ist Ja, weird Oh Gott Oh, schick, schick Ah, jetzt bauen sie wieder mehr Jetzt ist wieder Aber es ist halt wieder viel zu spät Oh, 22.000, der war sexy, Alter Warum nicht mehr davon? Oder liegt es daran, dass wir beide an dem Spot sind? Dass es vielleicht doch nicht so ein tolles Idee ist? Ich weiß nicht Ah, vielleicht, aber Oh mein Die Sicht eben folgt ja Und gegen die Ampel geknallt Hä? Ah Weil als du ihm sagst, es ist vor und mehr Da war ich kurz weg Da war ich kurz in der Nebenstraße Ah, okay Ja, vielleicht liegt es wirklich daran Da müsstest du einen anderen Spot finden Irgendwie sowas ähnliches wie das hier Am besten auch irgendwie eine Brücke Vielleicht irgendwie eine weiter südlich oder so Auf die andere Seite der Stadt Vielleicht ist es da so ähnlich Du kannst doch die Brücke nehmen Und nehme ich einfach die Brücke Die andere Wir können ja zusammenfahren Und dann ist die Brücke einfach die Straße runter Das müsst ihr erreichen Ja, okay Gut, dann versuchen wir das mal Gut, ja, versuchen wir das Dann verpisse ich mich Da wird die Verpissung eingeleitet Okay Genau Ähm Gut, ich hätte Ja Ja, gut, dass ich jetzt schon mehr fahren sollte Okay Ähm, einmal da hin, bitte Genau Und da unter ist auch eine Brücke Oh, so close Boah, Alter, ist das ein kack Auto Wir sind gleich ein fettes Sportwagen spawnen Wenn wir da hinfahren wollen Das wäre ideal Aber das ist unbekommen, natürlich nicht Kriegen wir nur die absoluten Pimmelwechskarren hier, Alter Jetzt können wir den Traktor Ja Ja Ähm, wie war das jetzt? So, wahrscheinlich einfach So Genau, geradeaus Ah ja, okay, hier war ich, genau Na, verpiss euch mal Genau Ach so Ah, dann rein an den Speck Let's get us Eiea Hm, muss ich nochmal versuchen Oh, interessant Wenn ich springe und dann linke Maus Also drücke, scheint es mehr zu werden Das muss ich mal ausprobieren Oh ja, das funktioniert ziemlich gut Ich habe jetzt dreimal in Folge 10.000 bekommen Alter, das geht gut Machst du einen Sprint-Spunk oder was machst du? Ja, Sprint und dann direkt hinter der linke Maustaste Damit mache ich richtig viel Viel besser als vorher Voll krass Nochmal ein 10.000er Aber der war nicht so doll, aber Ach du Scheiße Ach Gott Oh ja Hm 19.000 Ich schätze aber mal, das wird schwer sein Ich schätze mal, das wird nicht gehen Ja, ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen Hoffentlich Hallo Mein Christ Übernehme du Aha Nicht, nicht, nicht Ja, okay Fünfer nehme ich mit, kein Problem Ja Kann man sich mal gönnen Oh, noch ein Fünfer, okay Da ist ein LKW, komm Oh, aua, das sieht eklig aus 6.000, ja, gut Kann ich, kann ich erstmal so weit verkraften Äh, was soll das denn Au Au Könnte wir hier wenigstens kurz aufstehen lassen Sonst würden wir schon reichen Oh, perfekt So, und jetzt 10.000 Muss mehr werden, Jungs Ja 23.000, okay Ja Ja, für 17.000 Irgendwie, also Irgendwo Ja, die ganz großen Dinger fehlen halt irgendwie immer noch Ich meine, es kommen ja zumindest Kommen ja zumindest konstant Autos, aber Jawohl, doppelt überfahren, perfekt Und 10er Schick Oh ja 13.000, Alter Die ist abgehoben, weil der so über mich rübergekachelt ist Ich bin bei den Lucha Doors, bei dem, äh, Casino oder was ging da, oder? Oh Oh, was war das denn? Okay Okay Okay, ihr habt alle Nachbarschaften bekommen, ne? Danke Okay, ihr habt alle Nachbarschaften bekommen, ach du Scheiße Ach du Scheiße Äh Au Hätte ich gehört, ich gehe ja schon raus Ey, ey, ey. Jetzt hört es ja gar nicht mehr auf. Ja, nett, nett. Ah, LKW. Ha! Oh ja. Oh ja, gibt es die? Ah, oh ja. Genau, nochmal. Ja. So ist es geil. Ach du Scheiße. Boah, du Schande. Oh. Das ist ja knapp über eine halbe Million. Sonst versuch du doch mal irgendwie die blauen Dinger abzugrasen, dass wir da irgendwie mehr Adrenalin bekommen. Und ich fahr wieder zu dem Spot, den wir eben hatten.